Hallöchen. Jetzt. Da habe ich zweimal Hallo gesagt gerade und das Mikro war aber aus. Also im Dings, im Bruch ab. Hallo, willkommen zurück bei den Zwergen. Ich habe jetzt schon länger nicht gespielt bei den Zwergen. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich sehe gerade, ich habe hier, klug wie ich bin, unter Wasser gegraben. Aber es sieht aus, als wäre das Wasser. Würde das Wasser über dem, über dem, über den Bloch weiterschwimmen. Oh, Königreich hat ein Waffenstillstand ausgerufen. Ach ja, es gab ein Update. Und irgendwie hat man jetzt mehr Optionen in der Oberwelt. Ich weiß gar nicht genau was alles. Ah, das machst du schon. Ottmar, Ottmar haut sich hier durch die Spinnen durch. Ähm, hier sind noch mehr Spinnen. Hä, was ist denn auf einmal los hier überall? Das liegt wahrscheinlich an einem Spinnennest da oben. Aber sonst waren die doch ganz friedlich und sind... Acht, warte, wo sind wir denn gerade hier? In der Kamera. Ah ja, hier. In der Ecke. Genau, ja, das passt eigentlich. Da haben wir extra das Spinnennest unversehrt gelassen, damit wir da immer wieder Spinnenbeine und Überraschungsfleisch und sowas bekommen. Hier, lecker Überraschungsfleisch. Spinnen sind halt lecker. Wo wird denn jetzt noch gekämpft hier? Hä, warte, das kam von da oben irgendwo. Das klingt, als wäre hier irgendwas, aber hier ist... Ach, da sind... Oh, okay, okay. Ich verstehe. Unsere Gebäude werden angegriffen. Ja, ja, ich verstehe. Ähm, Twalin? Wo ist denn Twalin? Der faul jetzt bestimmt schon wieder irgendwo. Äh, Twalin? Bombo? Nee, Twalin. Ich sehe ihn nicht. Da. Twalin. Sieht jetzt anders aus. Der sah doch vorher ganz anders aus, also vor dem Update. Komm mal her, bewege dich mal, schnell, bevor die hier das kaputt machen. Da kommt er. Mit seiner Lampe. Der hatte auch viel mehr Bad früher. Die haben die drei Demo... Äh, komm so mal her. Machst du mit, machst du bitte? Hier, Twalin ist nämlich ein guter Kämpfer. Der haut die Spinn weg. Oh, Gratso. Ganz knapp. Schafft er das? Alleine? Doch, schafft er. Gut gemacht. Gratso, da brauchen wir, glaube ich, noch ein zweites Tor. Oder wie... Oh, was ist denn hier los? Okay, warte mal. Wir brauchen hier, glaube ich, mal alle. Woher kommen die denn hier auf einmal die ganzen Spinnen? Von da? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich doch. Okay, jetzt kommt die Zwerge. Aber jetzt haben sie die Tür niedergerissen. Mann, das war doch ganz entspanntes Spiel. Auf einmal hier voll die Stimme Action. Wollen wir jetzt hier immer neue Wellen? Nee. Wir müssen hier noch was machen, damit die Spinnen hier nicht so rüberlatschen. Wart sich nur was? Ja, erstmal beobachten. Jetzt bauen wir hier das Tor wieder auf. Äh, Tor. Freut mich. Wo war das mal? Äh, nein. Ähm, Tor. Muss doch Landschafts... Nee, muss doch eigentlich Infrastruktur sein. Decken gucken. Ist blöd. Warum ist denn ein Tor nicht bei der Infrastruktur? Landschaftsbau? Gibt es keine Türen mehr oder was? Hä? Ich sehe es echt nicht. Steindruhle in dem Fall. Äh, 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 äh. Neues Biom entdeckt? Oh, das heißt, äh, vielleicht Lava? Vielleicht Lava? Für unten? Wobei, nee, das glaube ich echt nicht. Das ist eher ein Biom, das wir schon haben, hatten. Gebäudegesundheit, auch gut, das ist auch kaputt gegangen. Ach, weil der Pilzclan das hier kaputt gemacht hat. Nicht mal. Äh, 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 wobei ich nicht weiß, ob wir den brauchen. Vielleicht machen wir die Höhle mal weg. Hier könnt ihr euch mal wegmachen, ne? So, das müssten... Ja, ja, die haben beide Waffen. Gut. So, wir werden angegriffen schon. Ach so, da... Ah, ja, klar. Die wehren sich jetzt natürlich. Oh, oh, Nori, pass auf. Die sind ganz schön heftig. Ich glaube, das ist gar nicht so heftig in Erinnerung. Wer ist hier noch unterwegs? Thorin und Dori, ja, die machen das. Die, ich glaube, die machen das. Ah, wenn man da kämpft, kommen jetzt immer neue raus. Interessant. Vielleicht machen die das doch nicht. Vielleicht lasse ich die mal. Oder sie... Ach, keine Ahnung. Ich lasse mal. Entweder machen die das oder sie machen es nicht. So, wir wollten immer noch eine Tür bauen irgendwo. Wo war denn das? Seitengewill. Oder? Nee. Seitengewill. Wo war denn das jetzt mit der Tür nochmal? Hier. Da. Da, da wollte ich Türen bauen. So, nochmal. Abbauen ist sicher nicht. Abbauen ist ja nichts. Ich kann auch nicht scrollen oder so, deswegen. Räume? So, haben die die Türen weggepatcht? Die waren doch hier irgendwo. Treppen, Brücken, Aufzug, Eisenbahn. Graben und extrahieren. Grundlegende Infrastruktur. Hier muss doch die... Ich glaube, die haben die Türen weggepatcht. Wie doof ist das denn, bitte? Klarer Lazarette. An der Oberfläche geht es irgendwie ab. Keine Ahnung. Die schließen alle Frieden. Wir brauchen gerade nichts an der Oberfläche. Ich bin sehr verwirrt gerade. Was haben wir denn noch so verloren? Die kleinen Treppen gibt es noch? Ja, es gibt auch diese... Diese Übergänge nicht mehr, die ich sonst immer benutzt habe. Oh, es gibt keine Türen mehr und keine Übergänge mehr. Es gibt keine Türen mehr, sag mal. Das ist ja doof. Das finde ich echt doof. Dann müssen wir unsere Türen, die wir noch haben, echt... Ziegelmauertür, ja? Die muss man jetzt echt verteidigen, weil... Ich dachte, da baue ich jetzt einfach eine neue Tür. Hm, na gut, dann ich, äh, ja. Gut, den installiere ich das Spiel halt. Mensch, blöd. Warum macht man denn sowas? Schon wieder gekämpft? Ja, äh, okay. Ich lasse die aber... Naja, ich lasse das mal. Den... Ähm... Ich weiß nicht, sollen wir jetzt... Wieso sag ich? Sollen wir jetzt eigentlich die Zeitengewirrhe wegmachen? Das ist halt schon sehr nah an meinen Produktionsstätten. Die machen halt dann immer was kaputt, wenn die hier rauskommen. Ein Rattenloch! Oh, ein Rattenloch! Aber das will ich eigentlich auch nicht kaputt machen. Das blöde ist, die bringen halt immer Ressourcen, man braucht die zum Abfarmen. Vor allem die Ratten, die bringen, äh, Pelz und, äh, Haut oder so. Das ist eigentlich schon wichtig. Falsches Werkzeug aus... Was hast du denn für ein falsches Werkzeug? Was bist du denn? Leinwärts und Koch! Ah, IC, okay. Du hast... Keine Schöpfkelle, ne? So, hol dir mal einen. Das finde ich angenehm. Das ist jetzt hier so ein Mare-Rip für ein falsches Werkzeug. Das haben sie auch reingepatcht. So, ich weiß gar nicht, was eigentlich mal klar war hier. Wir wollen auf jeden Fall Lava finden. Und dafür würde ich einfach hier weitermachen. Da unten ist irgendwo Lada. Oh, alter Zwergenhügel. Wenn diese Grabmond-Dinger werden hergestellt. Platin? Ich weiß gar nicht, Platin bauen wir schon Platin irgendwo ab. Ich glaube schon. Irgendwo haben wir schon mal so ein Platin. Abbaugebiet. Da, nee. Das ist... Das sieht aus, als wäre es nur Kupfer, ne? Da ist Saphir. Saphir wird bei dir mit abgebaut. Das ist okay. Kohle. Ach, stimmt. Das letzte Mal hat man Kohle-Probleme. Das sollte sich ja jetzt bewogen haben inzwischen. Das hier wird immer abgeholt. Und ich glaube hier wird Kohle eingelagt. Genau. Kohle und Saphir sind. Ja, ja. Da haben wir einen Kohle-Lager. Okay, Platin. Ja, was soll's. Wir können da unten auch Platin abbauen. Machen wir halt hier einen Bohrer hin. Huch. Unsere Beute wird angegriffen. Ah, okay. Ist jemand hier in der Nähe? So, nehmen wir ein paar Sphäre. Komm mal her. Ja, das ist halt echt doof, ne? Wenn die Türen jetzt nicht mehr nachbaubar sind, müssen wir uns irgendwas überlegen, wie wir unsere Stadt verteidigen. So, jetzt kommen sie her. Ich meine, unsere Zwergen können schon alle kämpfen, aber halt unterschiedlich gut. Alles andere schon weg. Wieso gibt's denn keine Türen mehr, sag mal? Das ist sehr... Da war mir nicht drauf klar. Ein Zwergenreich ohne Türen, was ist das so? Nee, nee, nee. Also, das... Ich glaub... Das werden die beim nächsten Patch bestimmt wieder ändern. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie mir gefällt. Also, wir bauen jetzt einfach mal hier lange Schien. Bauen wir einfach mal weiter. So. Äh. Es fehlt uns noch die feurige Unterwelt. Genau. Und ein Rattenloch müssen wir noch entdecken. Ich beschleunige mal. Ich will jetzt mal... Schon wieder angegriffen? Oh. Spuh ist kaputt. Warte, nicht so schnell, nicht so schnell. Mal langsam. Ist schon wieder geheilt, okay. Ah, die sind jetzt halt doch ein bisschen lästig, ne? Die spinnen. Bei allem die hier oben. Aber die sagen, doch kaputt machen vielleicht. Die müssen ja nicht überall spinnen. Da lassen. Das reicht ja. Wenn die uns hier unten nerven. Hm? Achso, jetzt greifen sie alle die Skelette an, weil die da rumstehen. Toll. So, verteidigen sich die spinnen auch Müll. Die Mission abgeschlossen? Was für eine Mission? Was ist das für eine Mission? Jetzt habe ich da eigentlich davon... Achso, Moment. Das ist oben. Das ist... Erstkontakt begonnen. Neuwegen... Ne, hä? Schleim? Wo haben wir denn Schleim gehabt? Hm, ich bin etwas verwirrt. Schleimtopf. Schleimtopf, soll mal... Achso. Das ist die neue Höhlenmission zum Kochen, glaube ich. Dann haben wir inzwischen... Dann haben wir echt den... Den... Den Schelickuchen geschafft. Den wir hätten noch bauen müssen. Oder... Oder irgendwas. Ich weiß nicht mehr was. Irgendwas hätten wir noch kochen müssen, damit wir die Mission erfüllen. Was hat der für ein falsches Werkzeug? Er ist Händler und Ackernist und... Nichts. Das ist so schlimm, wenn er einen Schmiedehammer hat. Händler. Ich habe auch ein Händlerwerkzeug. Das ist ein Kunstschmied, Bauarbeiter. Und... Und... Achso, als Bauarbeiter braucht er natürlich keinen... Schleimmitzling, ne? Das sollte er vielleicht dann doch noch den... Bauarbeiterproduktion... Kunstschmiedproduktion... Ah, er kann mit dem Kunstschmiedhammer gar keine Bauarbeiten durchführen. Dann... Soll er sich ein... Ein... Ist jemand gestrandet? Nee. Ist jemand runtergefallen? Das ist gut. Ach, warte, wenn du gerade da bist, komm, geh mal mal ein bisschen erkunden. Das ist zwar kein Erkundungszwerg, aber was soll's. Hä? Nimm das hier mit. Wo läufst du denn hin? Ah, die haben das geändert, ne? Der kann nicht so viel sehen... Weil er kein... Keine Laterne dabei hat. Kass. Hat schon wieder ein Gebäude angegriffen? Dö. Zadvalin kommt. Genau, Zadvalin ist unser Gründer. Komm mal her. Kannst dich gleich mal umschauen hier. Neue Entdeckung. Wo? Da oben, was ist das denn? Ah, eine Volltreffermine, ne? Sehr schön. Da ist nochmal ein Seidengewür, aber wie kommt man? Von wo haben wir das jetzt entdeckt? Ach, von da unten. Ah, das war... Okay. So weit. Kann da gucken. Okay, da können wir irgendwann mal hingraben, aber erstmal... Erstmal will ich weiter runter. Ich will einfach... So. Ich will endlich diese Lava finden. Kann auch nicht so schwer sein. Machen wir hier einen Bahnhof hin. Und... Lündern hier das Koppendorf. Okay, machen wir gleich mal eine Laterne wieder hin. Die gibt es zum Glück auch. IC 3007. Oh. Ich bin nicht aus wie die... Oh. Ach, du Schande. Oh, oh, vielmals, ich bitte vielmals um Entschuldigung, ich hab, ah nein, ich hab vergessen den, ups, ich hab vergessen den Dings zu ändern, ah, ja, Entschuldigung, Moment, ich mach das mal schnell. Kategorie, ja, danke für den Hinweis, und hallo, schön, dass du da hinschaust, hoppla, äh, ja, sorry, äh, so, so, ich hab das mal geändert, ai, 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 ich, ich wundere mich schon. So, jetzt, tue ich dir die Leute verwirren, ist aber auch viel gegrindet hier, also, vom Spielprinzip her, gar nicht so, äh, doch, eigentlich komplett anders, aber vielleicht auch ein bisschen ähnlich. Ich spule mal ein bisschen vor, dass wir hier, ach so, dass wir hier vorankommen, dass wir jetzt klar waffen. Bergweisheit haben wir ein bisschen was gekriegt, das ist noch gut, bleib mal, eigentlich noch mal forschen, wo war das? Oh nein, so, Türen. Äh, was greift es denn da bitte an? Ich sehe es gar nicht, ach da, oh, oh, halt, stopp. Ich bin mal irgendwie in der Nähe, Bombo ist schon irgendwie am Laufen irgendwo hin. Also hier, hier rechts sehe ich, Bombo. Auf dem Weg in den Kampf, ich gehe mal davon aus, der hat da hin. Ich nehme mal die hier. Die drei sollen mal mithelfen, oder die vier. Wo war das hier? Mensch, ohne die Türen. Wie soll ich denn das machen ohne die Türen? Müssen wir echt alle Nässe ausschalten, aber dann haben wir nicht mehr genug. Dann gehen uns auch irgendwann die Ressourcen aus. Müssen wir dann handeln. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss ich dann einfach alle Ressourcen, ja, ja, handeln. Naja, ich lass mal noch. Wo waren wir denn? Bali, genau. So, da bauen wir mal, wir mal weiter nach unten. Immer schon in die Tiefe. Neue Entdeckung. Eine alte Latrine, juhu. Wollte ich schon immer mal finden. Und da wibbeln so ein bisschen die Skelette rum. Wibbel, 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 wibbel. Mhm. Gossip Party. Oder Metal, obwohl die für Metal bewegen sind, den Kopf zu wenig. Das muss gossig sein. Die Kruft, die ist in ihrer... Kruft. Wir werden schon wieder angegriffen. Und... Kleiner Gerüsttreppe. Ne, das ist eine Spinne, oder? Ja. Gut, dass du diese Sachen nicht kaputt machen, sondern nur die Gebäude. Immerhin, aber da unten könnte man noch ein Latrine hinsetzen. Aber hier... Ist ja ein Loch. Und einmal hier. Achso, es kann kein Zwerg dahin kommen. Warum? Aha, okay, okay. Ich seh, ich seh, ich seh. Da müssen wir runter bauen. Vielleicht sollten wir das ja erstmal mit Schienen auskleiden. Wo sind denn die nächsten Schienen? Hier haben wir eine Brücke. Da ist nichts. Da. Hier ist der Bahnhof. Wenn wir den Bahnhof erweitern würden, nach unten. Und dann da einfach mal Schienen rüberziehen. Lohnt sich das? Ja, hier ist schon noch ein Stück. Das lohnt sich wahrscheinlich schon. Dann... Da. Warte. Wo war der Bahnhof? Da. Genau. Dann ziehen wir hier die Schienen rüber. Zack, 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 zack. Vielleicht mal hier in die Tiefe rein. So, bis... Ja, bis hier. Da unten kommt der Bahnhof hin. So, und dann müssen wir da die Verbindung noch setzen. Dann können wir da hier rüber schienen. Und mal fast so schräg nach unten machen. Wenn ich mich erinnere, wie... Irgendwie konnte man das drehen. Ähm... Ja, wie war das noch mal... Ja, wie war das nochmal? Ja, wie war das nochmal? Das wäre aber eigentliches zu tun hier gerade. Und der hat falsches Werkzeug. Was ist der Landwirt? Und Koch. Und Koch hat er wahrscheinlich kein Werkzeug. Genau, aber dafür hat er... Einen Meißel. Ja, mit einem Meißel kannst du auch in einem Topf rum rühren, oder? Ich weiß gar nicht, was er hat. Ich weiß gar nicht, was du jetzt mit einer Kelle im Kochtopf rum rührst, oder mit dem Meißel. Das ist doch wurscht. Wenn's anbrennt, kannst du mit dem Meißel sogar noch besser abkratzen. So. Jetzt wäre es doch eigentlich nicht so. Oh, wie das schon wimmelt hier. Huh. Die Bäute wird angegriffen. Oh nein. In den Unterkünften. Heißt das, die haben sich hier durchgefressen? Nee. Hä? Ach, doch da oben. Okay. Goblins. Hammerwein. Müssen wir das Walen hinschicken, ne? Komm her. Der macht das schon. Gegen Goblins kommt er schon an. Gobline? Gobline. Goblines. So, jetzt haben wir natürlich die ganzen Bauarbeiter von da wieder da rüber geschickt. Wer hat denn immer noch ein falsches Werkzeug? Also diese Meldungen ohne die, ne? Der ist, die ganzen Köche haben keine Werkzeuge für ihre Arbeit. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Köche habe. So, Kochproduktion. Ich schau mal, ob ich ihm eine gute geben kann. 19... 32, hier hat nur noch eine. Die haben alle keinen Bart mehr. Na doch. Ich glaube, der muss wieder wachsen nach dem Update. Haben die sich ja alle mal erressiert. Okay, wer von euch hat keinen? Richtiges Werkzeug. Entdecker Milizionär. Hat aber ein Schwert. Heiler. Gibt es ein Heiler-Werkzeug? Schienenver... Schienengebrochene Knochen. Gesundheit, den Wursstandszwerg aufrechtzuerhalten. Ah, da, 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 da. Ja. Keine Ahnung. Was braucht ein Heiler für ein Werkzeug? Und wo kann ich das bauen? Äh, jetzt ist die Meldung auch... Ah, ne. Doch, die Meldung ist jetzt weg. Hm. Gezirnroh. Stoff. Knochen-Nadel. Träger-Sack. Arbeiterkleidung. Hochwertiges, gemarbtes Leder brauchen wir für... Alles mögliche, ne? Alles herstellen? Ich probiere mal. Fünf. Probier mal ziehen. Wissen. Dann forsch mir mal. Perfekte Weinherstellung? Na ja. Schatzmythos. Okay, das... Oh, das ist das vorletzte. Sonst haben wir alles schon durch. Was können wir da? Kaleertwein? Kaleertwein? Killerwein? Killerwein? Ein leicht würziger, dunkelroter Wein mit einem unangenehm eiserne Nachgeschmack. Mh, viel Blut. Wo stellt man den her? In der Brauerei? Wie wird Wein hergestellt? Kaleertwein? 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 Kaleertwein braucht Schleim, weil Schleim haben wir nicht so viel. Kaleertwein braucht Kille-Pflanzenbeere? Oh. Okay. Ich glaub die Kille-Pflanzen haben alle schon... Kille. Der Glutwein? Wie kann man machen? Eigentlich. Setz ich mal ein bisschen so. Sollen wir immer so ein bisschen 60 Glutwein? zack und er soll anfangen bei ja wenn wir nur noch 20 haben die frostgebiete ist das bestimmt angenehm wenn du das im grünen dabei hast als zwerg oder auch so als nicht zwerg so weiter puddeln es muss doch irgendwann mal laba hier kommen da ist die fackel das passt da ist eine gute lore die können wir durchsuchen hier sind ganz viele da liegt irgendwas aber auch so ein pilz so dann gold haben wir genug unser gewölbe fühlt sich schon wie sieht es denn hier aus was wird hier angebaut höhlentrauben okay ich glaube das feld ist voll genau können wir ein neues feld mit irgendwas anbauen anpflanzen landschaftsbau tollschwanz haben wir halt auch nicht ne wo auch immer der wächst wie viel sprossen die haben wir auch noch nicht grablilien haben wir schon angebaut irgendwo weintrauben haben wir glaube ich mischen weintrauben da oben ist gemischtes feld höhlentrauben ich glaube das ist die höhlentraube ist weintraube ne oder war das was anderes höhlentrauben höhlentrauben ich habe weintrauben gelesen aber gesehen und gesagt aber es ist eigentlich eigentlich eine höhlentraube so wo war ich hier ja 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 genau da wollte ich weiter das funktioniert jetzt das ist ja hier mal nicht abbauen jetzt die steigungsschiene so rum ist die so und das heißt die ist so ich jetzt hier runter gehe und die einmal umdrehen nur dann müsste die richtig da dran sind wissen verfügbar ja aber wir können doch gar nicht mehr forschen oder äh pumpe steintreppe ziegel im auto wieso habe ich das nicht ach das muss man erforschen jetzt deswegen habe ich ah okay das muss man seit dem patch muss man das erforschen achso tiefenerkundung ach okay dann müssen wir noch mal kurz schauen ist ja schon cool dass man trotzdem mit dem fleicherstand weiterspielen kann der patch wird einfach übernommen man kann danach täglich noch die sachen reinhauen sehr gut ja okay dann haben wir jetzt wieder türen oh nice und ich habe schon gedacht ich sollte nicht so viel denken ist nicht gut so hier uralte zwängel bla 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 dann sollte ich mal hier türen machen ja jetzt haben wir wieder alles hier wo waren die türen hammerfalle hammerfalle ziegelmautür es gibt jetzt fallen nachschauern stammwelle die schießen dann so raus glaube ich denke ich mal ne wo war denn noch wo haben die doch irgendwo haben die doch äh da oben wollt mal action hier bei der tür da komm mal fallen mal stachel fallen ups ah ne passt und hammerfalle mal schauen was die bringen oh ein untoter zwerg mit wenig gesundheit was ach hier waren die die spinnen jetzt genau auch hier ne tür hin so mach hier auch nochmal fallen zack 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 so ich glaub es wurscht was besser ist oder was man hin macht hauptsache man macht was denn da hier das war der pilzclan aber der ist ja ausgelöscht hier unten kommen wir noch nicht hin weil schiene wollte ich wieder na nein und falsch hui so ich äh so so stimmt das so? es stimmt nicht ne die ist zu weit um ein stück weiter hoch da so hier musst du eigentlich hin so 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 musst du hin ich hoffe ich darf hier vorbei bauen aber ich glaube schon hier weiter in die tiefe lass mal alles durchstöbern Vielleicht findet man hier einen Schatz oder so, oder ein Skelett. Knochenschaden auch nicht, das ist eine gute Ressource. So, dann baue ich einfach mal weiter nach oben. Irgendwo muss das Lavazeug hier kommen. Warten wir mal, bis die ersten da sind. Ich überlege gerade, ob wir noch mehr Sphäre anheuern, wir könnten sogar 10 mehr Sphäre machen. Die buddeln hier einfach die Lore mit runter. Die buddeln. Ich will aber keine mehr durchsuchen. So geht nicht. Aber schön weiter buddeln hier. Ah, jetzt haben wir schon ein paar V-Lenzer wieder. Okay. Dann können wir wieder die Schiene. Wenn ich das hier hin mache. So, und dann einmal umdrehen. Ne, geht nicht. Ah, ich kann hier die Schiene nicht weitermachen. Ja, das ist da, das ist da drauf. Mist. Der Bohrer ist doch im Weg. Wobei wir den echt nicht brauchen für das bisschen Kupfer, was da ist. Die will ich mal abreißen. So, der ist einfach im Weg. Und wir haben oben nochmal Kupferbohrer. So. Nein. Ah, guck mal. Ich habe jetzt. Ah, ich konnte jetzt ziehen. Warte schon. Ich möchte gerne weiter ziehen. So. Ist das richtig rum? Müsste. Müsste passen, ja. Ja, 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 ja. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Wir werden sie. Wir werden sie. Ja, das sieht aber gut aus. Wieso hört das zu? Oh. Jetzt wird es interessant. Zack. 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 Ah. Und. Und. Und sind jetzt sehr. Schön mit den Fallen. Oh. Oh. Was ist da? Ah. Da kommt von da unten die. Ah. Okay. Ah. Oh. Wir brauchen hier mal irgendein Zwerg, der in der Nähe ist. Hier drei. Komm mal her. So. Und dann bauen wir da unten direkt auch nochmal Fallen hin. Oh. Vielleicht hier eine Ziegelmauer, weil die kommen bestimmt von da. Also vermute ich, dass die hier irgendwie, oder? Ne. Die kommen von da unten. Ah. Das ist natürlich Quatsch. Wenn ich hier hinbaue. Dann muss ich da unten hinbauen. Da. Von da kommen die. Bauen wir da unten die Türen. Da hin. So. Und dann. Fallen. Das sind Skelette. Die sind bestimmt empfindlich gegen Hammer. Hier einfach zack zack. Bei Hammer fallen. Und direkt vor der Tür nochmal eine Sperrfalle. So. Kommen wir unsere Zwerge noch rechtzeitig, um die Tür zu retten? Sieht schlecht aus. Zack. Die ist tatsächlich weg jetzt. Boah. Das waren echt viele, ne? Ah gut. Die werden jetzt. Das nächste Mal kommen die nicht mehr durch hier. Was greift ihr hier ab? Platin. Ja genau. Ich wusste ich hab irgendwo einen Platinbohrer schon. Oh. Was ist da los? Da wird gegen Spinnen gekämpft. Hier ist eine Stachelfalle. Das ist noch nicht ganz fertig. Ach hier spawnen die Spinnen immer. Hier oben. Warum hab ich da jetzt eine Stachelfalle nur? Brauche ich noch eine zweite hier. Da. Okay. Das passt eigentlich. Dann bauen wir jetzt hier unsere Gleise weiter. Nein. So rum. Genau. Ist bisschen doof, dass das nicht automatisch hinwobbelt. Aber so wie das geht. Genau. Zack. Zack. Dann baue ich direkt hier den Bahnhof dann. Neue Entdeckung gemacht. Wasser entdeckt. Äh nochmal so. Ah. Okay nochmal so. Und Spinnenzeug. Das ist einfach. Bis da runter. Und dann hier direkt wieder. Bluten. Und dann. So. Und irgendwann muss doch da unten jetzt mal. Zeugs kommen oder? Kann doch nicht sein. Hier haben wir einen mit einem Level Up. Ja. Äh. 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 Oh. Was. Fähigkeiten. Fähigkeit. Fähigkeiten. 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 Da konnten wir ihm noch Träger geben. Ja. Ein Träger ist ab. Schau mal. Geil. Geil. Soll auch Träger sein. So. Beziehungen. Ach. Talentbau. Bin dümmt. Ja. Level da mal durch. Dann hast du was zu tun. Nehmen wir auch noch einen. Kannst euch hier durchleveln. Baumarbeiter und Träger. Okay. Okay. Das ist doch gut. Baumarbeiter und Träger. Das heißt er braucht eigentlich keine Spitzere. Dann soll hier doch den anderen Träger zurückkommen. Wenn wir schon Säcke haben. Hier sieht alles gut aus. Ja. Wird schon passen. Ich hab den. Ich hab ehrlich gesagt den Überblick verloren. So. Da haben wir da drüben jetzt eigentlich unsere Startung beleuchtet. Ah ne. Noch nicht. Da fehlt noch der Bahnhof. Beschleunigen wir mal. Okay. Dann könnte man mal an die Oberfläche gucken oder? Ah vorher. Vorher kurz speichern. So. Kurz gespeichert.